Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Jess. Heute wieder mal mit JavaScript Testing und ein bisschen mehr auf der Testebene. Das heißt, wie schreiben wir die Tests eigentlich? Wir haben ja schon gelernt, wir wollen Tests schreiben, sodass wir möglichst alle Möglichkeiten abgedeckt haben. Eine Möglichkeit dazu ist die Coverage, das heißt wir versuchen alle Sachen abzudecken, die wir hier eben in unserem Code wiederfinden können. Das heißt, diesen Branch, diese Zeile Code, diese Zeile Code, das ist eine Variante. Damit testen wir, ob wirklich kein Fehler drin ist. Was wir aber nicht testen ist, dass vielleicht kein Logikfehler oder kein Ich-hab-was-übersehen-Fehler drin ist. Und das sind die schwierigeren Fälle. Deswegen müssen wir sehr, sehr viele Tests schreiben, bei denen wir auch denken. Beim Test-Driven-Development ist es so, man schreibt ja zuerst einen möglichst ausgiebigen Test. Das heißt, diese Datei sum.test.javascript ist eigentlich nur dazu da, um diese Funktion sum hier zu testen. Und damit möglichst viel eben auch abzudecken. Was wir allerdings hier nicht abgedeckt haben, sind Randfälle. Also doch, wir haben einen Randfall abgedeckt. Wir müssen aber möglichst alle Randfälle abdecken. Und teilweise werden die ja vielleicht noch gar nicht von dieser Funktion hier abgedeckt. Das heißt, wir dürfen eigentlich nicht mal wissen, was der Inhalt der Funktion ist, sondern wir müssen uns selbstständig Gedanken drüber machen. Was soll diese Funktion eigentlich machen? Wo sind Randfälle? Wo wird es schwierig? Und hier müssen wir natürlich in der Lage sein, möglichst vielseitig hier unten auch zu werden. Also bei dem Expect und dem To Equal. Beziehungsweise da gibt es natürlich noch mehr als To Equal. Expect ist erstmal das Normale. Aber wir wollen hier unten mit den sogenannten Matchern nunmehr arbeiten. Das bedeutet, wir kennen jetzt mittlerweile den, also ich habe jetzt hier einfach mal ein My Very Own Special Test Case gemacht. Und ich kann natürlich hier jetzt einfach hergehen und kann mein Expect ganz einfach hier zum Beispiel 42 plus 1337 kann ich natürlich einfach mit To Equal vergleichen. Und es soll bitte 4 sein. So, das ist eine Variante davon. Die kennen wir nun schon. Und hier natürlich haben wir tatsächlich einen gefailten Test. Das hat aber einen, ja, natürlich anderen Grund, weil es hier einfach nicht 4 ist, sondern... So, damit sollte das auch berühmt sein. Sorry, ich habe gerade einfach nicht nachgedacht und habe hier die 42 versucht wieder einzugeben, aber dann irgendwie nur die erste. So, okay, also das ist natürlich hier... Das läuft durch. Kein Problem. Okay, dasselbe kann ich aber auch mit To Be ausdrücken. Das heißt, ich kann hier schreiben To Be 1379. Und auch das läuft eins zu eins durch. To Be ist allerdings ein bisschen anders als... Also wir können hier auch übrigens mehrere Experts drin haben. Es ist trotzdem ein Testfall hier und, ja, wird eigentlich auch nur als einer betrachtet. Also im besten Falle teilt ihr sowas dann auf, wenn ihr wirklich eine Funktion aufruft, in mehrere Testfälle. Einer eben mit dem hier, einer mit dem zweiten. So, jetzt, was ist der Unterschied zwischen To Equal und To Be? Da müssen wir ein bisschen in JavaScript reingucken. Und zwar, dieses To Be überprüft eine Gleichheit via Object.is. Ja, das heißt, man überprüft, ob die Werte wirklich identisch sind. Während To Equal überprüft auf Gleichheit. Das ist ungefähr so, als würde ich im Endeffekt zwischen Gleich-Gleich und Gleich-Gleich-Gleich entscheiden. Da gibt es ja in JavaScript einen großen Unterschied dazwischen. Ähm, und ja, da habe ich ja auch schon ein extra Video dazu gemacht. Ähm, soweit ich mich erinnere. Falls nicht, zeig mir das nochmal ganz kurz, aber ich glaube, ich habe. Ähm, es gibt aber natürlich noch sehr viel komplexere Sachen als nur die Addition zweier Zahlen. Das sollte klar sein. Und auch das kann ich überprüfen mit To Be, beziehungsweise To Equal. Und zwar sagen wir einfach mal, wir haben hier, ähm, wir haben hier Datenpunkte. Const, äh, Data ist gleich, ähm, A mit, keine Ahnung, 1. Einfach nur so als Beispielfall. Und dann sage ich hier, Data von, äh, B soll natürlich 42 sein. Ist ja klar. Und jetzt wollen wir hier, dass Data etwas gleich ist und zwar To Equal. Naja, wie soll es aussehen? Wir haben hier A in unserem Objekt drin und A ist 1 mit dem, also mit dem Wert 1. Und B, ups, B ist, ähm, ist 2. Äh, 42, sorry, 42 natürlich. Und ich habe gerade eben Python geschrieben und das hier ist ein Dictionary bei Python. Es tut mir sehr leid, natürlich meine ich das hier ohne die Anführungsstriche. So, ähm, jetzt stimmt es aber. Okay. Und damit haben wir hier auch eine Möglichkeit quasi mit Objekten zu testen, ob Sachen richtig sind oder ob Sachen eben falsch sind. In dem Fall haben wir uns hier eben ein Objekt gebaut, das hier A auf 1 setzt. Also quasi das Attribut A auf 1 setzt. Und das Attribut B wird auf 42 gesetzt. Und das überprüfen wir, ob das hier unten gleich ist. Also somit haben wir hier schon eine Überprüfung auf Gleichheit, ähm, dabei. Das heißt, ich kann hier eigentlich mehr oder weniger alle Sachen reinstecken und auf Gleichheit überprüfen. Ich kann das selbstverständlich auch für, oder mit Vorschleifen machen. Das heißt, vor Let A gleich, oder fangen wir doch einfach mit I an, so machen wir das doch. Ähm, Let I gleich 1. Nein, wir fangen mit 0 an. Let I gleich 0. I ist kleiner als 10. Und I plus plus natürlich. So, was machen wir? Ähm, wir machen noch eine Vorschleife. Wir vorlupen jetzt hier einmal fett durch. Vor Let J gleich. Ups. Eiei. Das tut mir sehr leid. J gleich, ähm, fangen wir doch hier mit 2 an, damit wir ein bisschen Varianz drin haben. J kleiner gleich, ähm, 42. J plus plus. So, was wollen wir hier machen? Naja, wir, wir expecten jetzt einfach mal, ähm, okay, wir könnten jetzt hier natürlich wieder die Addition machen, das ist klar. Aber, ähm, lasst uns doch mal was anderes expecten. Was haben denn all diese Zahlen, wenn wir sie addieren von mir aus, wenn wir I plus J sagen? Was haben die alle gemeinsam? Naja, sie sind auf jeden Fall größer als 0. Null, denn, ähm, hier addiere ich eine Zahl von 0 mit einer Zahl von mindestens 2 maximal, ähm, geht sie hoch bis zu 42. Und die hier wird auch nur größer. Das heißt, hier wird niemals 0 bei rauskommen. Ähm, also, wir expecten hier einfach mal eine Zahl not to be, ups, not to equal oder not to be in dem Fall, ähm, und zwar nicht 0 zu sein. So. Und auch das kann ich ganz normal durchlaufen lassen. Und natürlich dauert das eine Weile. Ihr seht, diese Testfälle, die können auch eine Weile dauern und die geben euch auch an, wie lange sowas dauert. Ähm, dazu komme ich aber gleich, warum das wichtig ist. Wir sehen hier, ähm, ja, also, natürlich erstmal, der Test hat gepasst, weil eben für jedes einzelne Element das Ganze gegolten hat. Wundervoll. Aber, was wir hier auch sehen, ist, wie lange etwas dauert. Das heißt, hier haben wir 2 Millisekunden, hier haben wir 1 Millisekunde, hier haben wir 20 Millisekunden und insgesamt haben wir 0,438 Sekunden gebraucht. Warum ist das irgendwie relevant? Nun, ähm, solche Informationen können euch auch Aussagen darüber treffen lassen, welche Teile eurer Webseite besonders langsam sind, also sprich besonders ressourcenfressend sind. Das heißt, was dauert eigentlich am längsten und was geht vielleicht am schnellsten? Vor allem, wenn man Unit-Tests schreibt, dann kann man hier relativ schnell rausfinden, ob ein Algorithmus vielleicht sehr langsam ist, ob ein Algorithmus super schnell ist oder ob man den vielleicht noch optimieren muss. Und, ähm, ja, das ist ein wichtiges Ding, wie ich finde, ähm, deswegen, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, wir machen hier noch ganz kurz weiter mit den übrigen Sachen und zwar, ähm, klar, wir können auch auf andere Sachen testen. Das heißt, wir können überprüfen, ob eine Sache nicht null ist, zum Beispiel, also ich mach das jetzt mal ganz kurz, ähm, dann könnt ihr nachher euch die Datei runterladen einfach und dann habt ihr das. Ähm, also Expect null, ähm, naja, was wollen wir haben, dass es eben null ist, natürlich, to be null, ja. Ihr könnt auf Nullheit überprüfen, ihr könnt aber auch überprüfen, ob das ganze Ding, ähm, defined ist. Ihr könnt überprüfen, ob es undefined ist, selbstverständlich undefined. Ihr könnt das auch verneinen mit Punkt Not, einfach, das dreht das Ganze dann um, diesen Wahrheitswert, ähm, ihr könnt aber auch das ganze to be false see, ja, das ist, ähm, naja, ähm, es ist false see, weil es eigentlich nicht false sein muss, aber es wertet zu false aus, ja. Ähm, also das könnt ihr überprüfen, ihr könnt natürlich auch die Zahlen dementsprechend überprüfen, also not to be null, also Punkt Not, Punkt to be null, ähm, das ist auch eine wertvolle Überprüfung hier immer, wenn man eine Funktion zum Beispiel aufruft, dann darf das Ergebnis nicht null sein, das vergessen viele immer, dass man das in den Testcase reinhauen sollte, ähm, genau, und eben dieses undefined oder defined, das ist auch ein wichtiges Ding, dass sowas eben, also, dass ein Ergebnis nicht undefined sein darf und falls es undefined ist, dann schlägt euer Testcase sofort viel. Geht wie gesagt natürlich auch mit Zahlen, nicht nur mit null hier. Für Zahlen ganz kurz, haben wir hier selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass 42 eben, ähm, mehr oder weniger ist, also to be great, ups, to be greater than or equal, ähm, ähm, 41 zum Beispiel, ähm, dann haben wir natürlich die Möglichkeit to be less or equal zu schreiben, to be less than or less than or equal, das geht beides, also ob ihr Gleichheit oder kleiner Gleichheit überprüfen wollt, das geht selbstverständlich beides, ähm, hier können wir 1337 reinpacken, all das ist überhaupt kein Problem. Ein großer Punkt ist allerdings, wenn ihr jetzt natürlich Zahlen habt, die zum Beispiel 42,01 sind, ja, dann könnt ihr das meistens nicht auf Gleichheit überprüfen, sondern da ist immer so eine kleine Ungenauigkeit drin, ja, man sollte ja auch niemals exakte Gleichheit bei Floating Point Zahlen, ähm, überprüfen wollen, denn die können halt auch nicht so genau sagen, ob das ist, ähm, ein spezieller Fall 0,1 plus 0,2 einfach mal gesagt, ähm, sagen wir doch einfach mal, soll gleich sein, ähm, to be, oder to equal, besser gesagt, sagen wir einfach mal hier to equal 0,3. So, und jetzt starte ich diese Tests mal ganz kurz und wir sehen, einer ist gefailt und welcher Test ist das wohl, der gefailt ist? Naja, es ist dieser Test oder dieses Expect, das gefailt ist, nämlich 0,1 plus 0,2 ist nicht 0,3, nicht als Floating Point, weil man 0,3 ähm, 3 nicht so genau darstellen kann, beziehungsweise diese beiden, ähm, addiert, kann man nicht so genau darstellen und deswegen sagen wir hier, okay, es soll nur ungefähr das Ganze sein, das heißt, to be close to 0,3, ja, das bedeutet, es soll sehr nah an 0,3 bitte dran sein und dann sehen wir hier auch, es ist gepasst, also wenn ihr mit Floating Points arbeitet, arbeitet mit to be close to, nicht mit to equal, das sollte vielleicht noch dazu gesagt werden. Ähm, selbstverständlich kann ich dann auch mit Strings arbeiten, ähm, das heißt, ich kann hier Sachen überprüfen, wie, ähm, hello world, ähm, und jetzt kann ich hier einfach sagen, es soll was beinhalten, das heißt, es matcht einem String to match und hier kann ich mit regulären Expressionen, also regular Expressions einfach, ähm, arbeiten, wenn ich das möchte oder ich kann einfach mit Strings natürlich arbeiten und, äh, ich mach das jetzt einfach mal auf die einfache Art und Weise, das kennen wir aus meinem normalen JavaScript-Video, in dem Fall ist es jetzt einfach or, Achtung, keine Anführungsstriche und wir können selbstverständlich auch das Ganze umdrehen, Punkt not to match, ähm, hi, sowas in die Richtung, ja, dann überprüfen wir, ob das da drin steht. Für Arrays, also für, ja, für genau, Arrays oder generell Itribles könnt ihr hier mit einem Const, ähm, Const L arbeiten, dass euch, ähm, meine ganzen Plattformen gibt, die ich habe, so YouTube wäre dann natürlich noch ein bisschen, weil ich zwei YouTube-Kanäle habe, also machen wir dann noch YouTube 2 rein und dann haben wir noch, äh, Twitter selbstverständlich und, nein, kann auf Patreon vorbeigucken und so weiter, also ihr, ihr versteht das Prinzip, ähm, wir haben hier eine Liste mit Itribles im Endeffekt oder ein Array ist das, ähm, und jetzt haben wir hier Expect, ähm, was wollen wir denn? Naja, wir wollen, dass unsere Liste, die hier von einer Funktion im besten Fall zurückgekommen ist, dass die ein Element enthält, to contain und in dem Fall wäre es zum Beispiel YouTube. Ups, YouTube. So, und, äh, damit kann ich natürlich alles machen, ja, eine letzte Sache, die vielleicht noch sehr interessant sein könnte, äh, ist, wenn ihr mit Fehlern arbeitet, also mit, ähm, Error-Driven, ja, ähm, dann könnt ihr natürlich auch solche Sachen rausfinden, und zwar zum Beispiel eine Funktion, äh, die schreibe ich mal ganz kurz hier noch rein, ähm, hm, 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 ich brauche eine neue Funktion, so, einmal ganz kurz, äh, throws, export, irgendwie sowas, so, einfach nur kurz eine Funktion geschrieben, die hier einfach immer einen Fehler wirft, nur damit wir es halt testen können nachher, und auch schon importiert für euch, ähm, und ja, jetzt können wir hier einfach hergehen und sagen, okay, wenn wir einen Fehler haben wollen, oder auf jeden Fall erwarten, dass ein Fehler geworfen wird, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche ungültigen Werte reingeben in diese Funktion, dann soll diese Funktion einen Fehler werfen, damit man das auch versteht, ähm, das kann vorkommen und das kann sehr, sehr nützlich sein, deswegen gibt es überhaupt Fehler, und, ähm, wenn wir hier dann einfach sagen, ja, wir expecten einfach, dass dieses, ähm, dass der Aufruf einen, äh, Fehler geben soll, und jetzt eine wichtige Sache, ähm, wenn wir MyError-Function aufrufen hier drin, ähm, und dann hier einfach ToThrow, ähm, aufrufen, dann passiert folgendes, also wir können hier sogar rausfinden, was für ein Error hier, ähm, rauskommen soll, wir können auch den Error eingeben, geht beides, wir können einfach sagen, ja, das Ding wirft einfach, oder das Ding wirft eine spezielle Fehlerklasse, aber, wenn ich das jetzt ausführe hier, dann sieht das so aus, OneFailed, hm, warum fehlt das denn? Naja, wir sehen hier, ähm, der Import, Ah, okay, ja, ich bin doof, ähm, ich soll den vielleicht umbenennen, ich hab einfach nur hier Copy-Base gemacht, ähm, throws expo, beziehungsweise ich hab das, MyError-Function hab ich einfach genommen, genau, richtig, so, also starten wir nochmal ganz kurz, okay, immer noch eben OneFailed, und das hat seine Berechtigung, wir schauen uns das Ganze mal an, throw a new error, und hier oben steht, you wanted an error, you'll get an error, Lull, also das ist quasi die Nachricht, die hier auch, auch rauskommen soll, MyVerySpecialTestCase1Failed, hm, warum fehlt das Ganze? Naja, wenn ein Test, äh, eine, eine Fehlermeldung wirft, dann fehlt dieser TestCase automatisch, ja, und, äh, das kann nützlich sein, wenn ihr allerdings mit to throw das Ganze überprüfen wollt, dann braucht ihr hier eine Wrapping-Funktion, und hier könnt ihr einfach sagen, ja, wir bauen uns eine Lambda-Funktion draus, und, ähm, bauen uns halt quasi den Input, und übergeben den direkt an MyErrorFunction, und dann ist das tatsächlich so gedacht, dass man hier auch keinen Failing-Test mehr hat, sondern dann kann überprüft werden, ob hier der, die Funktion wirft, also einen, einen Fehler wirft, und, ähm, ja, dann, dann ist es kein Fehlschlag mehr, dann ist es eben so gewollt. Okay, äh, grundsätzlich nochmal ganz kurz zur Aufteilung von Testfällen, das hier sind natürlich nur alles Beispiele gewesen, und wir rufen hier eigentlich keine Funktion aus, außer hier unten, ähm, MyErrorFunction, deswegen, ähm, normalerweise würde hier jeder einzelne von diesen Fällen, also das hier, das hier, das hier, jedes Expect wäre sein eigener Testcase, außer ihr wollt vielleicht nur Null-Testen oder sowas, aber grundsätzlich wären die alle ihr eigener Testcase, ähm, das heißt, normalerweise habt ihr nicht nur fünf oder sechs Tests, sondern ihr habt sehr, 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 sehr viele Tests, okay, ähm, das heißt, ja, teilt das Ganze möglichst auf in mehrere, ähm, Testfälle, normalerweise würden wir hier auch nicht in der sum.test.javascript weiterarbeiten, denn die Funktion sum ist ja nicht unbedingt das, was wir hier unten getestet haben, da das hier aber keine echten Tests sind, sondern nur Beispiele, wie ihr mit den ganzen, ähm, Matchern umgehen könnt, habe ich mir das mal erlaubt, kurz hier reinzupacken. Okay, ähm, soviel dazu, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.